Wer überheblich ist, zettelt Streit an. Der Kluge lässt sich etwas sagen. Herzlich willkommen bei Emma, Rosalie, Paul, Otto und Nola. Das bin ich. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe auch die nächste Geschichte und lege sofort los. Ich weiß es besser. Kiki hat einen neuen Bikini bekommen. Ganz toll sieht der aus, mit gelb und schwarz. Ziemlich erwachsen, findet sie. Auch Timo hat eine neue Badeshorts. Weit geschnitten und mit Streifen am Rand. Total cool. Als die Kinder ihre Sachen für das Schwimmtraining anziehen, packt Timo allerdings seine alte Badehose ein. Kiki wundert sich. Warum nimmst du nicht die neue mit? Die sieht doch viel besser aus. Badeshorts dürfen wir beim Training nicht tragen, das weißt du doch, meint Timo. Nur kurze, glatte Badehosen. Und Bikinis sind beim Training auch verboten. Woher willst du das denn wissen? Fragt Kiki schnippisch. Und legt ihren Bikini demonstrativ oben auf ihre Handtücher. Weil Charlotte letzte Woche nicht mitschwimmen durfte. Und die hatte ein Bikini an. Das ist ja übertrieben. Wenn man deswegen nicht mitmachen darf, das glaube ich nicht, lacht Kiki und macht ihre Sporttasche zu. Ich würde an deiner Stelle noch den Sportbadeanzug einpacken, warnt Timo und geht zum Auto. Kiki streckt ihm die Zunge raus. Als sie im Auto sitzen, ist Kiki genervt. Du bist sowieso voll der Besserwisser, stänkert sie. Und du bist voll die sture Zicke, kontert Timo. Als sie beim Schwimmbad aussteigen, wartet Kiki nicht auf Timo, sondern rennt schnell vor zur Mädchenumkleidekabine. Da erwartet sie allerdings eine unangenehme Überraschung. Die Trainerin verbietet Kiki im Bikini mitzutrainieren. Kiki macht große Augen. Das sind die Regeln, die ihr alle auf einem Blatt mit nach Hause bekommen habt. Tut mir leid. Die ganze Stunde muss Kiki auf der Bank zuschauen, wie die anderen schwimmen. Zum Glück lacht Timo sie nicht aus. Manchmal machen uns andere auf unsere Fehler aufmerksam. Oder auf Dinge, die wir vielleicht vergessen haben. Dann fühlen wir uns meistens ziemlich doof. Es ist ja auch nicht immer so einfach zuzugeben, dass der andere Recht hat. Aber es bringt uns große Vorteile. Und wisst ihr, was wichtig ist? Dass wir den anderen freundlich auf Fehler aufmerksam machen. Nicht von oben herab oder fies. Denn jeder macht mal Fehler. Bis morgen.